hallo hallo hier ist marvel 1972 von mfg ich bin heute unterwegs im ferdinand alpenstadt td und ich hätte ganz gerne dass wir nach links fahren warum weil wir lauter tds haben im feststehenden turm und man in der stadt damit nicht viel anfangen kann und hier draußen lässt sich über lange strecken schön aus dem busch oder sowas irgendwo hinballern und das wäre dann die bessere linke seite für uns hier aber wie man sieht klappt das nicht so gut und damit haben wir dann auch so ein gesplittetes team das ist immer das allerschlimmste teste gleich mal ob hier ein he durchgeht das ist aber nicht der fall schade eigentlich aber na gut wir kommen da vorne beim ferdinand auch so erstmal nicht durch sie könnten he drauf schließen schaden habe ich leicht verpasst aber na gut das ist wie es ist manchmal dann habe ich auch den stein getroffen und nicht im busch glaube ich also ein verschwendetes schüsschen natürlich kommt er durch easy ich brauche jetzt mal irgendwie hilfe hier vom team aber ich weiß auch nicht ja schöne rakete mit 300 bis 330 durchschlag easy kommt mit he nicht durch ich brauche eine ap der überlebt natürlich ist klar faire sache wer wird mich jetzt weghauen mit dem nächsten schuss ja also ich kann jetzt oben nicht rein fahren weil man mit so einem panzer einfach nicht vernünftig das geht nicht mit so einem td ja ich muss jetzt irgendwie ein bisschen abstands und häuser zwischen mich und hügel und so kriegen da auf der rechten seite ist ja so ein bisschen was ja der rein metal überlebt er mit einem hp so unglaublich und natürlich der kommt irgendwo durch keine frage dreht seine kanone snapshot boom rein trifft zielen muss man also ich laufe jetzt one hit durchgegeben das ist ein bisschen kritisch kann man sagen jetzt ja und jetzt kommt das was ich meinte mit diesem side scrapen dieses total ätzend ich muss jetzt weg hier vor dem rheinmetall da sind sie unser tausend probleme worte lucky day also manchmal wenn er unten in die wanne geschossen hätte wäre natürlich nicht so ich habe noch ein teammate der muss jetzt auch mal helfen der hat noch mal geschossen das zum thema man kann damit nicht scheitern geht nicht was ist eigentlich mit dem vogel da hinten los ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich weiß es ehrlich gesagt nicht rhein und weg und dann sind es 4340 der mitsch geworden und und hier nochmal ich habe den panthera 915 rein gedrückt 1700 den kompletten raketenpanzer weggedotscht auf dem t 34 880 844 im defender und hier den eigenen aber das war der wichtigste beim rheinmetall hier nochmal die ep 10 352 hat sich gelohnt also in diesem sinne ciao